Jetzt hält die Ratze willkommen zurück bei Dead by Daylight mit Ghostface. Once again, ich habe eine Daily, ich habe auch neulich eine richtig coole Runde mit Ghostface gespielt. Aber ehrlich gesagt, kann ich mich gerade nicht mehr so daran erinnern, ob ich die auch aufgenommen habe. Und die ist richtig gut gelaufen. Ah, da hinten. Ich hoffe nur, dass ich jetzt hier nicht aufgedeckt werde mit irgendjemandem. Die Marbe ist schon mal ziemlich voll. So eine mit. Okay, das ist perfekt. Hä, ich dachte, wenn ich... Ah ne, wenn ich es zerstöre. Ich muss mich gar nicht... Perfekt. Genau so habe ich es mir vorgestellt. So, Geißelhaken denke ich mache ich jetzt erstmal noch nicht. Wenn ich nicht hier an dem x-ten Baum hängen bleiben würde. So, da bin ich jetzt wieder zum Trip dran. Trotzdem kicke ich da einmal dagegen. Gut. Jetzt gehen wir in den Tarnmodus. Da irgendjemand ist. Ich mache hier wilde Leben verfolgen. Okay. Das ist wieder die Tante, die von mir wieder einen Schlag abkriegt. So. Aha. Ich downe mir auch nochmal schnell. Oh, schnell ist gut. Oder auch nicht. So. Schnell zu ihr. Schnell nochmal einen Kick. Und einmal aufheben in die Richtung. Und zum Geißelhaken. Den hier. So. Jetzt habe ich nochmal ein bisschen angestalkt. Aufheben. Und da zum Geißelhaken. Gut. Mega geil, wie das funktioniert. Ich freue mich, ey. Oh, wie geil. Wir noch. Da am Haaren. Und da habe ich sie auch gut vorbereitet gehabt, ne? So. Ich weiß nicht, ob der Johnny auch mal retten geht, ne? Ich kann sie ja wenigstens einmal so niedermachen. Vielleicht. Oder auch nicht. Und wo ist Meck Furzkopf? Da. Mist. Jetzt warten wir einfach mal, bis wir das... wieder benutzen können. Ach. Oder halt auch nicht. Ich hätte ihn jetzt gerne nochmal so gedowned. Danke. Das hätte er, glaube ich, nicht machen sollen, aber okay. Gut. Na gut. Einen Gen haben sie bislang. Ich glaube, wenn ich hier jetzt einen Geißelhaken habe, dann würde ich den auch direkt wieder aufhängen. Shit. Habe ich aber nicht. Das ist so dumm, oder? 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 Ich höre dich doch, Fengmin. Blutrausch ist schon mal gut. Das schaffe ich auch nicht. Warum? Na gut. Ich glaube, die hatte ich halt auch schon... Ich habe aber noch zwei Geißelhaken. Ich glaube, nicht sie. Komme ich da irgendwie so hin, dass die das nicht... Der war auch der Johnny. Johnny Macaroni. Wollen wir mal hier einen Kick dagegen. So. Okay. Zack. Ich weiß, die kommt gerade vom Haken. Das hat dann auch gut funktioniert. Ich bin immer so gierig. Ich brauche, dass jemand da stirbt. Ich habe dich fast, nur dass du es weißt. I almost got you. Äh. Okay. Jetzt gucken wir erst mal, dass wir relativ nah an ihr dran sind. Gut. Mist. Mistiger Mist. Fuck ey, nur noch. Die Palette ist schon draußen. Scheiße ey. Die werden den wahrscheinlich fertig kriegen. Kann ich noch mal irgendwie ein Geißelhaken nearby? Oh fuck. Da muss ich jetzt schnell sein. Wahrscheinlich schaffe ich es nicht mehr. Ja. Darüber geht sie also. Okay. Weil ich sie jetzt nicht mehr sehe. Fuck. Fuck. Nein. Sie war fast. Fast. Sie war so gut vorbereitet. Ich bin ein bisschen verbockt am Schluss. Na gut. Dennoch hatte ich meinen Spaß. So. Scheiße. Na schön. Das waren Überlebenden. Das war ich. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.